Auf die diesjährige Eurocheval in Offenburg kamen wieder tausende Besucher, um die neuen Produkte der Aussteller zu begutachten. Ein Zirkulationssystem für Pferdeanhänger gewann den Innovationspreis 2010. Diese FIFIC-Idee sorgt für ein gutes Klima beim Pferdetransport. Die Firma Marstahl Pferdefutter stellt auf der Messe sein neues Produkt Marstahl Faserlight vor. Ein kalorienreduziertes niederglykämisches Ergänzungsfutter. Alles unter Kontrolle ist bei der Firma Averde. Mit den angebotenen Kamerasystemen hat man immer einen Blick auf seine Schützlinge oder das komplette Anwesen. Auch im Programm von Averde und sehr leicht Video zu finden, sind die in Leuchtfarben hergestellten Torgriffe. Spannend waren auch die zahlreichen Wettbewerbe auf der Messe, die die Zuschauer mit großer Begeisterung verfolgten. Auch die Rufschmiede ließen ihre Muskeln spielen und heizten ganz schön ein. Bei Masterhouse konnte man sich über das Komplettangebot informieren. Zahlreiche Zubehörartikel wurden hier angeboten. Lexa füttert Pferde fit. Unter diesem Motto wurden die Produkte der Firma Lexa auf der Messe in Offenburg ausgestellt. Stallmatten mit Puzzleverbindung nahm die Firma Sargusto mit auf die Messe. Der ideale Boden für Pferdeboxen. Bei Barefoot wurde ein neuer Westernsattel vorgestellt. Dieser Sattel besteht aus Qualitätsrindleder und ist von Hand genäht. Ist anpassungsfähig und nachgiebig auf dem Pferdrücken. Hivo Systembau. Ob Reitanlagen, Reithallen oder Hindernisse. Auf dem Messestand wurden die Produkte inklusive des neuen Kunstrasen vorgestellt. Seidel Pferdeeinrichtungen zeigten auf dem Außengelände unter anderem den Futterautomat Powerfeed. Die Eurisch Wald 2010 war wieder mal eine sehr informative Messe für alle Pferdefreunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 barrels Adriaken und Arbeitser somebody Ausmaschinen